Schönen guten Tag an die Leser und Zuschauer des Deutschlandkurier. Wir haben heute wieder eine Debatte gehabt über die Ukraine. Die CDU wollte Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Die ist ja mit besonders scharfen Tönen immer ganz vorne mit dabei. Gleichzeitig haben wir aber eigentlich auch eine Zeitenwende, wo wir 100 Milliarden Schulden aufgenommen haben, um die Bundeswehr zu verstärken. Was ist passiert, seitdem die Zeitenwende ausgerufen wurde vom Kanzler? Es geht der Bundeswehr schlechter als je zuvor, weil immer mehr Waffen abgegeben werden und an die Ukraine gesendet werden. Übrigens sind nur 25 Prozent der Deutschen dafür, dass wir diese Waffenlieferungen noch verstärken. Also 75 Prozent finden diesen Kurs, den die Regierung hier fährt, falsch. Und wer ist ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, sich aufzuregen, dass die Bundeswehr so schlecht dasteht? Die CDU, CSU. Trotzdem, wenn es nach dem ginge, würden wir die Bundeswehr noch ganz anders ausplündern. 30 Dingos haben wir geliefert aus den Beständen der Bundeswehr. 50 sollen es werden. 40 Schützenpanzer Marder sollen jetzt in die Ukraine geschickt werden. Und wahrscheinlich der Großteil davon aus den Beständen der Bundeswehr. Und das, obwohl der Puma auch fehlerbehaftet ist und man wahrscheinlich in der Bundeswehr auf den Marder verstärkt wird, zurückgreifen müssen. Die Bundeswehr wird ausgeplündert, Panzerhaubitze 2000 bis weit über die Schmerzgänze hinaus. Der Bundeswehr wurde schon geliefert. Deutschland wird immer weniger verteidigungsfähig, trotz dieser 100 Milliarden. Das ist der Kurs der Regierung. Wir sagen, und das ist meiner Meinung nach auch völlig richtig so, wir brauchen hier eine diplomatische Lösung. Anders geht es nicht. Wir können doch nicht nur versuchen, auf dem militärischen Weg diesen Konflikt zu lösen. Wer meint, die Ukraine erobert hier samt Krim alles zurück, der ist einfach ein Fantast. Das ist reine Ideologie und die kostet Menschenleben. Wir brauchen hier einen vernünftigen Kurs, wo es auch Chancen gibt, miteinander zu sprechen und dürfen diesen Konflikt hier nicht nur versuchen, irgendwie auf militärische Art zu lösen. Dafür setzen wir uns auch in Zukunft ein. Die Ukraine ist doch immer mehr abhängig von den Waffenlieferungen des Westens. Also die Kriegsführung, damit die weitergeht, müssen westliche Nationen Waffen liefern und können dementsprechend auch viel stärker ihre Interessen einbringen. Immer wieder lesen wir in den Zeitungen, ist jetzt schon ein bisschen näher, da stand, die USA erhöhen ihr Kriegsziel in der Ukraine, als Russland zum ersten Mal ins Stocken kam. Und da müssen wir uns doch fragen, was ist denn hier los? Wieso haben die USA ein Kriegsziel in der Ukraine? Und um die USA und andere westliche Staaten sind es auch, die immer mehr dafür Sorge tragen, dass überhaupt noch Krieg geführt werden kann. Und da haben wir ein Problem. Da gehen nämlich die Interessen potenziell auseinander des ukrainischen Volkes und derjenigen, die die Waffen liefern. Wenn das Ziel ist, Russland möglichst nachhaltig zu schwächen, dann haben wir doch eine Situation, wo vielleicht das ukrainische Volk irgendwann sagt, wir haben genug vom Kämpfen und vom Sterben. Wir möchten jetzt, dass wir miteinander sprechen. Wir möchten wenigstens versuchen, diplomatisch das hier zu lösen. Und dann sagt aber Washington, nein, ihr könnt euch über Frieden unterhalten, nachdem ihr noch tausend russische Panzer abgeschossen habt oder so. Also das ist ein Problem. Das Ganze wird mehr und mehr zum Stellvertreterkrieg. Selbstverständlich, der Angriff ist völkerrechtswidrig. Keine Frage, die Ukrainer haben jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Aber unsere Rolle bei der Sache darf doch nicht sein, das Ganze immer weiter anzuheizen. Mit immer schärferer Rhetorik. Wenn die Leopardpanzer, die die CDU sich wünscht, auch nichts bringen, dann reden wir über Kampfflugzeuge und danach dann lieber Bodentruppen oder was. Das ist irre, das ist eine Eskalationsspirale. Da müssen wir raus. Diplomatie brauchen wir, Gespräche, das ist der Weg, den wir gehen.